Okay. Und zwar, was hältst du von der ganzen Geschichte, die sie da letztes Mal erzählt haben? So, auf der Keynote meinst du? Deine Highlights von der Keynote, ja. Meine Highlights von der Keynote. Ich habe die so ein bisschen auch live mitgetwittert, deswegen musste ich das alles noch mal nachschauen. Es wurden mir Details unterschlagen, oder die sieht man dann einfach nicht. Und ich habe diese Keynote jetzt wirklich noch zweimal geguckt. Ich finde es eine sehr gute Keynote geworden. Mit, für mich, zwei interessanten Produkten. Also das Eingeleiter und so weiter war ja durchaus amüsant. Aber Mario war eine große Nummer. Und eigentlich sind es drei interessante Produkte. Also Mario oder beziehungsweise Nintendo ist eine große Nummer. Dass es halt Miyamoto direkt auf der Bühne war, ist, glaube ich, echt nicht, habt ihr auch, glaube ich, schon richtig gesagt, das ist der eigentliche Clou an der Geschichte. Also Super Mario Run sieht sehr nett, sehr unterhaltsam aus und wird halt Millionen von Downloads erzeugen. Aber das ist halt irgendwie ... Ein Preistipp von dir? Ja, bitte. Ah, ein Preistipp, genau, hattet ihr auch. Also ich wette schon, dass die halt das frei anbieten werden und der einmalige In-Abkauf wird dann 14,99 sein. Hm, okay. Hätte ich, hätte ich. Ich habe eure Tipps noch im Kopf. Basti, war sehr niedrig mit zwei Dollar, glaube ich. Basti, war schon 14,99. Na, aber jetzt sind ja schon die ... Das erste Stickerpack ist ja schon gekommen und das war gratis. Da sind auch nur so, weiß nicht, 15 Sticker drin und du musst die Röhren noch selber drehen, ja, so Eigenleistung mitbringen. Die kann man drehen? Die kann man drehen. Die kann man auch größer und kleiner machen. Das habe ich ja noch gar nicht geschnallt. Da musst du aber gewisse Fingerfertigkeit. Moment, das muss ich ... Deswegen habe ich doch großen Mario geschickt. Das habe ich ja nicht geschnallt. Kann ich denn ... Oh, mein Gott, das ist ja das Beste ever. Jetzt schnall ich ... Oh, das ist ja großartig. Also es klang jetzt ... Ich habe es ja, wie gesagt, noch mal nachgehört. Es war dann schon eindeutig gesagt, dass es halt nicht exklusiv für iOS ist, sondern halt vorzeitig, also erst mal exklusiv. Scheint auch, glaube ich, mir Mutter in so einem Interview noch mal bestätigt zu haben. Aber da hat Apple sicherlich ein bisschen Geld in die Hand genommen, dass das irgendwie verwirklicht wurde. Und ich glaube, das war gut investiertes Geld. Also das ist so ... In diesen Videospielkreisen und so weiter ist das schon so ein sehr undenkbares Bild gewesen. Nicht, weil es jetzt komplett absurd ist oder so, sondern weil Nintendo auch eine Firma ist, die sich einfach nicht auf andere Bühnen stellt. Also das ist ... Die haben jetzt irgendwie keine Gastauftritte bei EA. Also das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und deswegen ein guter Startschuss, der irgendwie auch nicht gerumort wurde, sondern es einfach so passiert. Was ist denn der aktuelle Gerüchtestand für die nächste Konsole? So zeitplanmäßig weiß man, wann die kommen könnte? Also früher nächstes Jahr. Das heißt, so ein Super Mario an. Vor Weihnachten würde ganz gut noch mal die Kassen füllen wahrscheinlich. Weil, also ich könnte mir schon irgendwie vorstellen, dass ... Also wenn du dir ... Es gibt ja diese Auflistung, wie viele Konsolen in Japan, Europa, USA verkauft worden sind, irgendwie jede Woche. Dann ist da bei Xbox und Japan immer so eine Eins drin oder so ein Stück verkauft. Tatsächlich war irgendwann mal eine Woche, wo eine Xbox in Japan verkauft wurde. In so einer Woche. Kann man machen. Schwieriges. Also eine Woche danach hat das zurückgegeben. Minus eins. Schwierig. Nee, aber die Zahlen sind ja nicht so krass enorm. Also so in der Summe verkauft so ein System, so ein Konsolensystem ja schon so eine paar Millionen Stück normalerweise. Aber das ist jetzt nicht gesagt, dass die neue Konsole, wenn die irgendwie wieder so ein bisschen floppt wie die Wii U, dass die wirklich so große Zahlen verkauft. Weil sich das Spiel natürlich irgendwie auf die mobilen Smartphones bewegt. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass so ein Ding wie Mario so umsatzmäßig an die Hardware drankommt. Ja, und also dass das ein wirklich entscheidender Teil von Nintendos Einnahmen werden könnte. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, man kennt ja so ein bisschen Nintendo und deren Liebe zum Detail. Das ist keine typische Lizenzumsetzung, sondern das ist wirklich irgendwie, da schaut mir Motto wirklich direkt noch drauf. Also dafür sind sie bekannt. Und deswegen, selbst so ein Endless Runner, das ist ja nicht irgendwie nur eine Richtung, sondern du kannst ja auch so ein bisschen variieren. Und du hast so einen Modus, wo du irgendwie gegen andere Leute spielen kannst und so weiter. Ich glaube, so in seinem begrenzten Genre mit der einen Fingersteuerung und so weiter, könnte das auch sehr gut werden. Deswegen, also ich bin sehr optimistisch, dass das auch nicht der letzte Titel sein wird. Und wenn jetzt erst mal Mario da ist, also können auch noch so ein paar Franchises irgendwie kommen. Und ja, also Nintendo wird manchmal so ein bisschen als naiv, glaube ich, abgestempelt, weil sie dann irgendwie jahrelang auf einem System rumreiten, das irgendwie nicht funktioniert. Und dann bringen sie irgendwie so ein ganz komisches System, was Wii heißt, was so einen komischen Namen hat. Ja, und das geht voll durch die Decke. Also sie sind für so Überraschungsdinger, sind sie wirklich gut. Das hat sich, also ja, auch für Flops, also definitiv. Aber ich glaube, so diese Apple-Verbindung, die könnte interessant werden. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie das Ding auf irgendwie dann, wenn es dann zum gleichen Konditionen auch auf Android kommt, ob das irgendwie was verwässert oder ob das da auch abgeht wie nichts Gutes. Du kannst ja Android eigentlich auch nicht links liegen lassen einfach. Ob du da irgendwie 15 Dollar für nehmen kannst, ist eine andere Frage. Ja, da wird halt traditionell eher ein bisschen viel raubkopiert. Und da gibt es ja auch die Geschichten so von irgendwelchen Spielen, die dann Statistiken veröffentlichen. Irgendwie so viel Prozent von unseren Kopien, die rumlaufen, sind auf Android, auf iOS. Und irgendwie 85 Prozent auf Android sind gestohlen. Ja, also Nintendo ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie das irgendwann mal hingenommen haben, so wie PlayStation und Sony das irgendwie gesagt haben. Alles klar. Danke für die Marktführerschaft. Wir nehmen diese kopierten Games mal hin. Nintendo war da schon immer so extrem dagegen. Und jetzt auch die neue Konsole ist ja noch nicht bekannt, was das irgendwie wird und was wir für Medien wieder arbeiten. Es gab so ein Gerücht, vielleicht ist auch nichts dran, aber die halt irgendwie sagen, sie gehen zurück zu Cartridges, weil man die so schlecht kopieren kann. Aber es ist zumindest in diesem Zeitgeist oder in diesem Gedankengang, der Nintendo typisch wäre. Deswegen, vielleicht schauen sie sich mit einem Titel auf Android an. Vielleicht ist das auch irgendwie alles komplett überbewertet und sie werden die einfach beide veröffentlichen. Und Apple hat hier nur den Vorzug erhalten, weil sie halt irgendwie die Startinvestition finanziert haben. Aber das scheint schon, ich glaube, das ist schon länger in der Mache. Also das ist jetzt nicht erst in den letzten Wochen entstanden. Also diese ganze Mitomo-Aufbau-Nummer und so weiter, ich glaube, wir haben da damals auch richtig gelegen, dass das alles ein langsames Herantasten war und so ein bisschen pushen und Marketing und Gedöns. Und auch diese Sendung hier wäre ohne die V-Mode nicht denkbar. Da kann ich einfach Basti damit deaktivieren, wenn ich drauf drücke. Ja, dann ist er weg. Oh nein! Die V-Mode ist natürlich auch ein schönes, kostengünstiges Bluetooth-Gerät, was man sich da so dazu hertut. Die haben ja am Anfang gesagt, bei der V-Mode, die haben es immer nur vorne geradeaus in die Kamera gehalten, und haben gesagt, es ist wie eine Fernbedienung vom Fernseher. Jeder, der eine Fernbedienung vom Fernseher benutzen kann, kann auch die V-Mode benutzen. Haben verschwiegen, dass sie so dick ist wie fünf Teifeln Schokolade. Aber ganz im Ernst, wenn sie dünner gewesen wäre, wäre sie zum Spielen nicht so gut gewesen. Sie liegt halt sehr gut in der Hand. Nun gut. Zweite Abteilung. Wir müssen leider noch mal auf Pages rumklopfen. Das war jetzt nicht mein zweites Highlight, aber... Wir hören mal der Reihe nach wieder. Leo hatte, das Lustige ist ja, die haben ja, wann ist denn dieses erste Kollaborationsding irgendwie gestartet? Das muss um die Bus 351 gewesen sein. Woher weiß ich das? Woher weiß ich das? Weil in meiner iCloud liegen zwei Dokumente jetzt in Pages drin. Das eine heißt Bus 351. Und das besteht aus zwei Zeilen. Und eine davon hat Leo geschrieben und die heißt Angst. Das ist komisch, aber die habe ich heute noch mal in das Dokument geschrieben. Und ohne, dass du das vorher gewusst hättest, hast du in die Bus 487 auch bei Pages reingeschrieben. Oh, Angst. Ja, die Angst hat sich gehalten. Über Jahre. Und dann hat das irgendwie, als wir das gestern oder so ausprobiert haben, ganz gut funktioniert. Und Bilder rein und Kommentare an Bilder und Zeug. Und das hat so halb irgendwie funktioniert. Dann habe ich heute irgendwie die Shownotes von Paper in Pages reinkopiert. Habe die auf dem Mac da reinkopiert. Und dann habe ich es auf dem iPad wieder aufgemacht, habe was editiert. Und es ist auf beiden Rechnern ein Konflikt aufgegangen. Und dann habe ich das ganz schnell wieder gelassen. Ja, die haben das drauf. Ja. Deine Theorie, Alex, wieso sie das da noch versuchen? Weil es Sinn macht, dass sie das tun. Also ich meine, sie haben, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie nicht mehr Ressourcen reinstecken. Weil es ist schon ein bisschen schade. Weil die haben alle Geräte eigentlich in Stellung. Die Chromebooks nehmen in den USA scheinbar so ein bisschen die Butter vom Brot dort. Was so den Vergleich mit dem iPad angeht. Ja, die Chromebooks sind halt recht günstig. Und da kannst du in Schulen und so weiter. Du hast halt viel eher was mit, als wenn du irgendwie sagst, du hast hier ein iPad. Selbst ein iPad 2 ist ja wahrscheinlich noch teurer als ein Chromebook, wenn du das kaufst. Und deswegen, das ist so ein bisschen, sie sind überall vertreten. Und es würde total Sinn machen, wenn sie sowas anbieten würden. Und gut anbieten würden. Und ich verstehe, also das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich nicht verstehe, warum sie da nicht einfach jemanden kaufen, der das kann. Weil das wäre irgendwie gut investiertes Geld, glaube ich. Also das wäre... Quip zum Beispiel. Ja. Aber ohne Mist. Also ich meine, das ist ja irgendwie, am Geld scheitert es ja nicht. Es ist natürlich immer eine Frage von dem Overhead und wie schnell du halt so ein Team dann in deine Firma integrieren kannst und unterschiedliche Technologien und auch vor allen Dingen unterschiedliche Denkansätze, ja. Also was so Sync und solche Geschichten angeht. Und kannst du ja irgendwie mit verschiedenen Philosophien auch rangehen, ja. Irgendwie alles super auf fremden Servern, egal und so weiter. Und das würde vielleicht eher nicht Apple entsprechen. Also das verstehe ich alles. Aber dass man sich irgendwie, dass man so... Also die letzten... Ich spreche jetzt nur mal über die letzten Versuche, diese Art von Zusammenarbeit zu realisieren. Die waren relativ lächerlich. Und ich weiß nicht, warum Apple sich so ein bisschen die Blöße gibt. Dass sie da irgendwie nicht mehr Wert drauf legen. Weil sie haben iPads, sie haben iPhones, sie haben Macs. Und das muss irgendwie synken. Wir können natürlich... Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, wir bieten nur hier iCloud Drive an und nutzt eure App der Wahl, um das Zeug irgendwie in... Ja, also zur Zusammenarbeit zu nutzen. Ja, nutzt ein Dropbox-Paper oder was auch immer. Aber ja, ich verstehe nicht diesen halbgaren Ansatz. Also wenn, dann steigst du komplett aus und sagst irgendwie, wir sind hier Anbieter von Hardware und wir machen auch Services und Zeug und so weiter. Aber wir halten uns da raus. Oder du sagst halt irgendwie, du pumpst da halt irgendwie echt Geld rein. Und dann kaufst du halt jemanden und der macht es einmal richtig. Und dann machst du dir dann Gedanken, wie du irgendwie das integrieren kannst und wie du das weiter ausbaust und so weiter. Ich verstehe diesen halbgaren Ansatz nicht. Okay.